Du fass mich nicht mehr an. Monsieur ist trop occupé à défendre les grandes valeurs de la France. Du kannst die verdicken, die guckst. Okay, nächste Woche. Ist das Geld da? Okay, dann! Yes! Okay. Guck mal das, Mama. Was? Fass mich nicht an, du Schlampe! Lina? Mein Junge, das wird langsam ein bisschen zu viel. Ah, du grünen Räume. Monsieur Dupré, was denkt uns für die unterschiedliche Politik unserer Länder bezüglich der Prostitution? So lala? Was soll das heißen? Zeig dir. Wir leben nach dem Motto, Liberté, Egalité, Freitag. Lass mich nicht an, du Schlampe! Lass mich nicht an! Wir gehen zurück ins Auto. Da habe ich genau den richtigen für Sie. Zwei Mittel in Sprechnerhausen. Halko? Malki? Na komm. Wow, meine Gürtel. Yes, While to this, one of the warmest bands. So awesome. Yeah. Um, like that.